Musik Das ist eigentlich mal auch eine Frage der Philosophie, zum Teil aber auch eine Frage der Machbarkeit. Und das ist natürlich eine Sache, die hängt auch von der Kultur ab und da ist die Aronia eigentlich eine Kultur, die sich dafür eignet. Und darum haben wir die damals auch aus den Gründen mit ausgewählt. Wichtig ist auch, dass hier hohe Investitionen getätigt worden sind. Das ist in dem Falle zum Beispiel auch eine Tröpfchenbewässerung. Für unseren Kunden heißt das, dass er immer eine sehr gleichbleibende, sehr hohe Qualität bekommt, weil wir eben sagen, Aronia Beere ist nicht Aronia Beere, sondern muss schon hohe Qualitätsstandards für diese Superfood eben auch gewährleisten. Auf Qualität! Musik 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 Musik